Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha WG. Ich habe zwei neue Köpfe heute gleich für euch und zwar testen wir mal zwei neue KS-Köpfe. KS-Apo, einer der wahrscheinlich meistverkauftesten Köpfe in ganz Deutschland. Jetzt hat KS noch ein paar andere Modelle rausgebracht, beziehungsweise gibt sie schon ein paar Tage, aber ich komme leider jetzt erst zum Testen. Den KS-Fumnel und den KS-Tornado. Ich würde sagen, Intro und dann zeige ich euch erstmal, wie ich die beiden Köpfchen gebaut habe. So Leute, wir gucken uns als erstes mal die Köpfe an. Hier haben wir einmal den KS-Tornado. Wir sehen eine schöne geschwungene Form, hier noch so kleine Rillen drin, aber ansonsten jetzt kein unglaublich besonderes Design. Ihr seht schon einen Nachteil, die sind unten relativ breit, das heißt mir ist hier schon direkt eine Dichtung reingerutscht. Das ist nicht so cool, aber auf der anderen Seite, ja, dann ist da halt einfach eine Dichtung drin. Es sitzt dann relativ tief auf der Pfeife. So, hier sehen wir das Depot und wir sehen schon, der KS-Tornado ist tatsächlich gar kein Funnel, sondern ein Vortex-Kopf. Unterschied ist, wir stellen den mal nebendran, hier haben wir einfach ein Loch von oben und bei einem Vortex-Kopf haben wir auch diesen Hubbel in der Mitte, wie bei einem Funnel. Nur, dass bei dem Vortex-Kopf das oben zu ist und in den Seiten hier diese Löcher drin sind, dann ist das ein sogenannter Vortex-Kopf. Was ist der Vorteil? Naja, die Luft, die ihr durch euer HMD zieht, muss dann auf jeden Fall erstmal durch das Tabak-Depot, bis es in die Löcher rein kann. Auf der anderen Seite sitzen die Löcher tiefer und es könnte mehr Molasse unten reinrutschen und es könnten die Löcher eher verstopfen. Ja, das sind so die Nachteile. Ob das passiert und so weiter, das gucken wir uns dann beim Rauchen mal an. Aber wir sehen auch noch bei dem KS-Tornado hier, dass wir eben so eine schöne Lippe haben, auf die dann wunderbar eine Smokebox draufpasst. Sehen wir auch gleich nochmal. Und auf der anderen Seite haben wir hier den KS-Fumnel. Das heißt wirklich Fumnel, das heißt nicht KS-Funnel, sondern KS-Fumnel. Wir sehen einen sehr, sehr breiten Funnel-Lochrand mit vier kleinen Airflow-Schlitzen drin. Das sind die hier. Die bringen nicht wirklich was. Wir sehen schon, das sitzt relativ niedrig oder relativ weit im Kopf hier auf jeden Fall. Ja, da braucht man eigentlich keine Airflow-Schlitze, aber es sieht ganz cool aus. Wir sehen auch ein sehr, sehr kleines Depot und auch allgemein ist dieser Kopf extrem klein. Wenn wir mal einen Oblarko-M daneben halten, sehen wir schon, es ist wirklich ein enormer Größenunterschied. Ist schön klein, ist schön leicht, hat vor allem einen Vorteil. Er sieht auf kleinen Pfeifen nicht unglaublich überdimensioniert aus. So, tabakmäßig werden wir zwei verschiedene bauen. Einmal werden wir den Berdere rauchen von Hukain. Und einmal, ich würde sagen, den machen wir hier rein. Und einmal den Smurf Daddy von Holster. Also für die zwei Sorten habe ich mich hier entschieden. Die zwei werden wir heute rauchen. So, ich würde sagen, wir kommen auch einfach direkt zum ersten Kopfbau. Wir fangen an mit dem KS Tornado. Als erstes habe ich hier die Waage bereitgestellt. Und wir wiegen einfach mal, wie viel der Tornado leer wiegt. Es ist zwar jetzt mit Dichtung, aber das macht ja nichts. 308 Gramm wiegt er mit der Dichtung. Das müssen wir uns merken, die Waage geht nämlich sonst viel zu schnell wieder aus. Wir schnappen uns unseren Tabak. Machen wir noch hier die Folie ab. Und rühren wie immer erstmal den Tabak um. Da der KS Tornado ja ein Vortexkopf ist, finde ich es besonders wichtig, extrem fluffig und locker zu bauen. Drückt man bei dem Tornado zu sehr an, macht man sich hier die Pfannlöcher kaputt. Beziehungsweise, das heißt kaputt, aber man blockiert das hier dann eben mit Tabak. Und das sorgt halt direkt für einen unglaublich schlechten Durchzug. Da muss man ein bisschen aufpassen. Wenn man das weiß, ist das allerdings absolut kein Problem. So, und den Tornado zu bauen, ist tatsächlich meiner Meinung nach extrem einfach. Man nimmt sich seine Tabakdose zur Hand, hat das ja vorher schon umgerührt. Und schmeißt jetzt einfach ganz locker fluffig, ohne großartig hier zu... Also ich versuche den Tabak nicht zusammen zu drücken und schmeiß den einfach locker fluffig hier rüber. Ich werde das Ganze auf einen Noppenkontakt bauen. Finde ich so auf jeden Fall am angenehmsten. So, wenn man da so ungefähr die Tabakmenge drin hat, wo man denkt, dass das reichen könnte, dann verteile ich das Ganze ein kleines bisschen. Wie gesagt, ich versuche möglichst wenig anzudrücken, weil ansonsten würde das bei diesem Vortexkopf einfach dafür sorgen, dass unser Durchzug komplett rip ist. In der Mitte lässt man natürlich frei, also oben auf den Plömpel hier von dem Funnel... Nein, das ist ja kein Funnel noch. Auf diesen Plömpel hier von der Vortexerhebung, da packen wir natürlich keinen Tabak drauf. Das braucht man nicht. Da soll eigentlich eh keine Hitze und sowas entstehen. Deswegen, ja, da braucht ihr einfach keinen Tabak. Wir legen einfach Tabak rundherum hier fluffig ins Depot rein. Gucken, dass wir ungefähr mit dem oberen Ende des Tabaks auf der Höhe von diesem Smokeboxrand bleiben. Und es waren tatsächlich vielleicht ein, zwei Gramm zu viel. Das heißt, wir nehmen uns die Dose zur Hand, schnicken da ein kleines bisschen Tabak raus und verteilen dann nochmal ein kleines bisschen. Ihr wollt natürlich, dass hier nichts auf dem Rand liegt. Da kann man dann auch nochmal drüber gehen und den sauber machen. Ansonsten kocht da die Molasse ziemlich schnell, beziehungsweise verbrennt halt relativ schnell. Das heißt, wir gucken, dass nichts auf dem Rand liegt. Wir gucken, dass alles möglichst locker fluffig ist. Und dann verteilen wir das Ganze schön. Und das war es eigentlich auch schon zum Bau vom KS Tornado. So baue ich den. So finde ich es optimal. Wie gesagt, schön locker fluffig, weil ihr seht schon, wir sehen kein... Ihr seht schon, wir sehen kein... Also, ihr seht schon, was ich meine. Wir sehen die Löcher nicht mehr. Was man machen kann, wenn man häufig zu schlechten Durchzug hat, man kann hier nochmal so ein bisschen rumgehen und das so ein kleines bisschen von dem Pfannenloch wegdrücken, damit wir da so eine ganz kleine Lücke haben. Aber wenn ihr fluffig baut, dann braucht ihr das in der Regel nicht. So, wir stellen das Ganze nochmal auf die Waage. Wir gucken, wie viel Tabak wir reingepackt haben. Ich weiß gerade nicht mehr, wie viel wir vorher hatten. Ich meine, wir hatten 308. Jetzt sind wir bei 324 Gramm. 325? Na, was ist denn? Entscheidlich, Waage. Okay, wir sind anscheinend bei 324,5 oder sowas. Ne, wir sind bei 325. So, ich glaube, wir hatten 308. Das heißt, wir sind bei 17 Gramm Tabak, die wir jetzt gebraucht haben. So, als nächstes kommen wir zum Kopfbau vom KS Fumdel. Auch den wiegen wir als allererstes mal. Auch in dem hängt unten übrigens schon eine Kopfdichtung drin. Also das müsste KS ein bisschen schmaler machen. Der KS Fumdel wiegt leer mit Kopfdichtung 184 Gramm. So, das notieren wir uns und dann kommen wir mal zum Kopfbau. Wie gesagt, hier wird jetzt der Bärtehre gebaut. Der neue von Hukain, der kam heute an und den wollte ich noch testen. Das heißt, machen wir jetzt auch einfach mal. So, ich nehme mal so eine Spitze voll auf die Gabel. Wir sehen schon, das Tabakdepot ist nicht so breit. Ich kriege nicht mal hier die Breite von dieser Gabel damit rein. Das heißt, ich probiere auch wirklich immer nur so einen kleinen Part der Gabel voll zu machen und streiche das dann hier rein. Das ist schon fast ein bisschen viel. Also da muss echt sehr, sehr wenig Tabak rein in den Kopf. Das werden wir gleich beim Messen auch nochmal feststellen. Übrigens, der Bärtehre hat hier immer diese schwarzen kleinen Tabakblättchen drin, Leute. Das ist kein verschimmelter Tabak oder sowas, weil ich da immer wieder Nachrichten kriege, die sagen so, oh, mein Hukain ist verschimmelt angekommen. Und ich denke mir dann, was, Digga, dein Hukain ist verschimmelt angekommen? Und dann schicken sie ein Bild und dann ist das halt der Burley Blend. Ja, Hukain hat ein paar Sorten. Das ist halt ein Burley Blend. Da sind ein paar Burley Tabakblätter mit drin. Das ist nicht verschimmelt. Das ist nicht schlimm, Leute. Da ist einfach noch ein anderer Grundtabak mit drin. Der Tabak, der auch für Dark Blend meistens genommen wird. Oder in vielen Dark Blends genommen wird. Das Ding ist, ich weiß nicht, warum Hukain das mittlerweile nicht mehr sagt, dass das der Dark Blend Mix ist. Da ist nur 5% Dark Blend mit drin. Früher haben die das auch angegeben. Heute machen die das nicht mehr. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum. So, aber Kopfbau. Also ihr seht es. Ich packe hier überall so eine Gabel rein. Ich bin so ungefähr auf Randhöhe vom Kopf oben. Und ist noch nicht so schön verteilt. Aber dazu kommen wir dann im nächsten Schritt. Auch diesen Kopf baue ich am liebsten so ungefähr auf Randhöhe. Ich versuche das Semidense zu bauen tatsächlich. Habe irgendwie die Erfahrung gemacht, dass die paar Gramm Tabak dann doch noch ein bisschen was bei der Rauchdauer und sowas ausmachen. Deswegen baue ich den tatsächlich am liebsten Semidense. Dann gehen noch mal ein paar Gramm mehr rein, als wenn man super fluffig baut. Und das macht sich halt natürlich bei der Rauchdauer bemerkbar, wenn man doch ein bisschen mehr Tabak reinpackt. Ich achte darauf, dass nichts auf dem Rand liegt und dass nichts zu sehr in der Mitte liegt. Also sowas wie hier, was hier an dem Loch ist, das wollen wir nicht haben. Das streichen wir noch so ein kleines bisschen in den Kopf. Aber dadurch, dass das Funnel doch relativ niedrig hier im Kopf ist, ihr seht es ja schon hier in dem Übergang zum Tabak, passiert es leider dennoch relativ häufig, dass da ein kleines bisschen was reinplumpsen kann. So, und wenn wir das dann alles schön verteilt haben, dann passt das mit dem Köpfchen. Ich würde sagen, dann mache ich mal noch eine Pfeife ready, mache Kohle an, wir packen da ein HMD drauf, den K-Laut Lotus 1 Plus und dann kann es eigentlich losgehen. Dann gucken wir mal, wie die Dinger performen, würde ich sagen. So, und da sind wir wieder, Kohle ist an, die Köpfe sind ready. Mit welchen sollen wir anfangen? Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Tornado. Einfach, weil er krasser klingt als Funnel. Funnel klingt relativ doof tatsächlich meiner Meinung nach. Die können wir wegmachen, weil da hängt ja schon eine drinne. So, und dann packen wir mal den Funnel mit drauf. So, von der Größe her sehr angenehm, passt ganz gut zum Breeze. Ich finde aber, der Funnel ist besonders nice für kleine Pfeifen. Einfach, weil er besser zu den Proportionen von so Pfeifen passt. So, KS Tornado ist drauf. Wir packen zwei Kohlen rein. So, und damit wir das Ganze ein bisschen fixer angeraucht bekommen, packen wir auch noch eine Kohle da auf Kipp mit dazu. So, erst kurz ein paar Worte zu meinem Setup. Die Smokebox muss ja eh noch ein paar Minuten warm werden. Ich rauche gerade auf der Moes Breeze. Aber, es ist ein bisschen schwieriger. Die Bowl habe ich von Creepy Shisha auf Instagram zugeschickt bekommen. Fand ich sehr nice mit diesem Bowl-Schmuck, glaube ich. Also mit diesen Verzierungen hier auf der Bowl. Sieht ganz geil aus. Ist mal ein cooles Detail, was man eigentlich noch nicht so kennt. Gibt hier und da mal eine ähnliche Sache. Aber so wirklich so, hey, lass einfach eine coole Modellage auf die Bowl packen. Dann machen wir das Ganze noch in Messingfarbe und dann sieht es super geil aus. Kenne ich ehrlich gesagt noch nicht. Deswegen sehr, sehr nice, dass er das hier gemacht hat. Da das hier in Messingfarbe ist oder so ein Messinggold-isch, irgendwie sowas zwischendrin, habe ich tatsächlich meine goldene Moes Breeze umgebaut mit der neuen weißen Base und dem weißen Sleeve. Könnt ihr gerne mal bei Moes vorbeischauen. Ich weiß nicht, ob das schon online ist und wann das online kommt. Ich bin einer der glücklichen Tester davon. Ich finde es sehr, sehr schick. Deswegen auch noch weißer Schlauch und weißes Alpha-Mundstück. Ja, und obendrauf, wie gesagt, der KS Tornado und ein Calout Lotus 1 Plus mit drei Tom C26 Goldkohlen. Das war mal ein anstrengendes Setup, würde ich sagen. Während der Kopf warm wird, können wir aber noch über ein paar andere Sachen reden. Und zwar, was kostet denn der Kopf? Der KS Tornado kostet meistens online 20 Euro. Manchmal gibt es ihn für 18, manchmal gibt es ihn für ein bisschen mehr über 20 Euro. Müsst ihr euch mal umgucken, wo da eben gerade was verfügbar ist. Ich weiß da leider auch nicht immer, wo da was gerade wie viel kostet und wo man es am besten kauft. Nur um die Frage, schon mal ein bisschen Wind aus den Segeln zu nehmen. Aber der Kopf kostet so um die 20 Euro ungefähr online. Hat ein mittelgroßes Tabakdepot, wie wir eben schon im Kopfbau gesehen haben. Eben diese schöne Lippe, um da so ein HMD praktisch drauflegen zu können. Durch diese Lippe ist er meiner Meinung nach auch nicht zum Rauchen mit Alufolie geeignet, sondern wirklich auch nur für den Lotus gedacht und gemacht. Wir haben das KS-typische Stein-Tongemisch. Es ist natürlich kein purer Stein oder kein reiner Stein. Aber wir haben hier eben diese Steinkopf-Variante, wie wir das schon vom KS Apo so gewohnt sind. Der Tornado ist übrigens größtenteils unglasiert. Man sieht hier so eine leichte, ja eine leicht andere Färbung. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass der krass glasiert ist. So, wir nehmen mal noch einen Zug und gucken mal, ob der weiter ist. Ja, so langsam kommt er, aber er braucht trotzdem noch ein Sekündchen. Was man aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Depotgröße sehr, sehr nice gewählt ist, um mit einem Satz Kohlen auch wirklich einen Großteil des Depots zu verbrauchen. Beim Oblaco M hat man ja zum Beispiel manchmal die Probleme, dass man mit einem Satz Kohle zwar so lange die Kohle geht sehr, sehr gute Ergebnisse hat, aber dass unten immer noch mal so ein kleiner Rand an Tabak ist, der dann eben vielleicht doch nicht ganz verdampft. Dadurch, dass ein der KS Tornado praktisch dazu zwingt, sehr, sehr fluffig zu bauen und nicht so viel Tabak verbraucht, kann man sich fast sicher sein, dass man damit den Tabak, den man in den Kopf gibt, auch viel, viel besser verbraucht. Und mit der Tabakmenge, die da rein muss, ich würde jetzt einfach mal grob sagen, zwischen 14 und 22 Gramm, es kommt halt immer drauf an. Ihr könnt super fluffig auf Abstand rauchen, dann verbraucht der fast nichts. Vielleicht kann man den sogar mit noch weniger Tabak bauen als 14 Gramm. Wahrscheinlich sogar, wenn man es drauf anlegt, bis zu 22 Gramm, was eigentlich viel zu viel ist, aber es gibt bestimmt ein paar Verrückte da draußen, die da Tabakberge reinschaufeln werden, sodass man absolut keinen Durchzug mehr hat. Aber just saying, ich finde das Tabakdepot auf jeden Fall sehr angenehm. Es ist ein bisschen kleiner als das vom Oblaco M und man kann eben mit einem Satz Kohlen sehr, sehr angenehm. Ich würde sagen, grob immer zwischen 60 und 90 Minuten, aber ich würde schätzen, die durchschnittliche Rauchdauer vom KS Tornado würde wahrscheinlich so ungefähr auf 70 Minuten hinauslaufen. Ja, aber so langsam kommt er, natürlich, die Smokebox, die braucht ein paar Minuten, bis sie wirklich am Start ist, bis sie wirklich warm ist und so langsam kommt dann auch der Geschmack durch. Aber man hat so ein paar kleine Nachteile an dem Kopf. Das ist vor allem für mich bei den ganzen neuen KS-Köpfen komischerweise immer wieder unten die Öffnung, wo die Dichtung draufkommt. Also ich weiß nicht, ob ich einfach nur winzige Dichtungen habe, aber eigentlich habe ich die ganz normale Silikondichtung. Aber sowohl beim Tornado als auch beim Funnel rutscht mir immer die Dichtung in den Kopf. So, und ich könnte jetzt auch sagen, okay, dann gehe ich da mit einer Zange rein, dann hole ich die ganz mühsam da raus, habe ich aber keinen Bock drauf. Das heißt, bei mir bleiben die drin. Das heißt, in dem Tornado hängt jetzt dauerhafte Dichtung und in dem Funnel hängt dauerhafte Dichtung. Ist irgendwie nicht Sinn der Übung, weil eigentlich sollte die Dichtung ja auf der Shisha bleiben. Ich habe zum Glück genug daheim. Wenn ihr jetzt nur eine Dichtung daheim habt und das passiert euch, dann müsst ihr immer mit einer Zange die Dichtung rausfummeln. Ist aber eher ein kleineres Problem, würde ich sagen. Ansonsten bestellt man sich halt eben einfach eine zweite Silikondichtung für einen Euro mit und dann hat sich die Sache. Aber just saying, so das kann passieren und das ist sehr, sehr unangenehm. Was man auch sagen muss, er blutet nicht. Also beim Funnel kann ich es noch nicht garantieren. Bei dem habe ich noch nicht so viele Köpfe geraucht, dass ich da sagen könnte, der blutet definitiv nicht. Aber bei dem Tornado habe ich auf jeden Fall schon einige, einige Köpfchen mit geraucht. Und ich würde sagen, ein Kopf, also es ist auf jeden Fall kein Kopf, der schnell blutet. Vielleicht fängt der irgendwann in der Zukunft noch an zu bluten. Aber ich habe den jetzt schon ein paar Monate daheim und bis jetzt astrein, absolut kein Bluten. Dauchentwicklung hängt natürlich noch mit dem Tabak zusammen, den ihr da reinpackt und natürlich auch, wie ihr den Kopf baut. Ich habe jetzt relativ fluffig gebaut, sodass die Luft schön durch den Tabak zirkulieren kann, möglichst viel Molasse verdampfen kann und dann eben in die Vortexköpfe reinfliegen kann. Vortexköpfe kennt man übrigens schon von früher. Safir hatte früher auch sehr, sehr viele Vortexköpfe. Und Vortexköpfe waren früher super, super bekannt. Früher hat man meistens Funnel mit einem Mod gebaut. Das ist so ein kleines Hütchen, das man über das Funnelloch stülpen konnte. Und dann musste die Luft gezwungenermaßen erst durch den Tabak und dann wieder hoch in den Mod und dann ins Funnelloch. Die Vortexköpfe haben das so ein bisschen besser gelöst, finde ich. Aber auch heutzutage kommt ja jeder wunderbar mit einem Funnel klar. Also irgendwie waren das so zwei Lösungen, die vom Prinzip her sehr nice waren, aber Real-World-mäßig eigentlich nicht so viel gebracht haben. Trotzdem Vortexköpfe auf jeden Fall nicht zu verachten, weil die Idee dahinter auf jeden Fall ganz nice ist. Plus man hat eigentlich nur den Nachteil gegenüber Funnel, dass halt A, die Löcher von dem Vortex-Ding verstopfen könnten und dann ist euer Durchzugript. Das hat man bei einem Funnel halt eigentlich nie. Da könnte man höchstens die Alufolie ansaugen, was dann wiederum bei einem Vortex nicht der Fall ist. Und es kann eher Molasse in die Löcher reinlaufen und versifft euch eher eure Bowl als bei einem Funnel. Da ich meistens relativ hoch baue, immer mindestens auf Noppenkontakt, meistens sogar auf Vollkontakt, fliegt auch bei einem Funnel mal ein Tabakblatt rein oder es schwappt ein bisschen Molasse sozusagen rüber. Und dann habe ich das sowieso in der Bowl. Das heißt, es ist für mich weder ein Vor- noch ein Nachteil bei Keim der beiden Köpfe. Ja, Rauchentwicklung, ich denke, ihr seht es, die ist auf jeden Fall wunderbar. Das Köpfchen ist ja jetzt auch noch nicht so lange an. Das heißt, da könnte vielleicht sogar nochmal, weiß nicht, 10, 20 Prozent gehen da vielleicht sogar nochmal. Aber ich finde das so auf jeden Fall schon vollkommen in Ordnung von der Rauchentwicklung. Und wenn ihr so fluffig baut wie ich und wenn ihr noch so ein kleines bisschen die Vortex-Löcher frei macht, dann solltet ihr auch absolut keine Probleme im Durchzug haben. Ich mag diesen Kopf sehr, sehr gerne, sogar überraschend gerne. Ich bin ja so ein bisschen ein Kamin-Gegner, weil ich es nicht so gerne rauche, wie mit einer Smokebox auf ein bisschen Kontakt. Und deswegen denken manche Leute, ich hätte was gegen den KS-Apo, was aber eigentlich gar nicht stimmt, wenn mich jemand fragt so und sagt, hey, für mich ist Kamin das Beste, kannst du mir einen Kamin-Kopf empfehlen? Dann sage ich immer, ja, dann nimm den KS-Apo, das ist ein verdammt guter Kopf, um den mit Kamin zu rauchen. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr nice, dass KS da in die richtige Richtung geht und jetzt auch vermehrt Köpfe rausbringt, die man eben mit noch verschiedenen anderen Aufsätzen rausbringen kann. Lange war das Aushängeschild von KS, der KS-Apo und ich würde auch immer noch sagen, dass es nach wie vor das Aushängeschild ist, aber es gibt eben mittlerweile auch von KS sehr, sehr nice Alternativen, um die mit Smokebox zu rauchen. Den KS-Fumnel kann man übrigens auch mit Smokebox rauchen und ich würde sagen, zu dem kommen wir auch mal als nächstes. Der KS-Fumnel ist als nächstes dran und wir sehen schon, er ist ganz, ganz klein und passt von seinen Proportionen meiner Meinung nach halt hervorragend zu so etwas kleineren Pfeifen. Man kennt das, man holt sich eine Mose Breeze und dann hat man hier so ein Oblarko L und dann packt man den da oben drauf und der Oblarko L alleine ist halt höher als der KS-Fumnel oder Fumnel alleine ist. Oder der KS-Fumnel mit Smokebox ist sogar immer noch kleiner als der Oblarko L alleine. Das finde ich schon sehr, sehr nice, dass er von seinen Proportionen eben sehr, sehr geil auf kleinere Köpfe passt, weil davon gibt es gar nicht so viele Köpfe und ich finde das immer so ein bisschen, es sieht einfach immer ein bisschen falsch aus, wenn man eine kleine Pfeife raucht und dann einen Riesenkopf drauf hat. Deswegen ganz geil eigentlich mit dem Fumnel. So, zweieinhalb Kohlen sind drin, ich habe das Ganze eben ein paar Minuten stehen lassen. Ich habe den KS-Tornado nämlich schon mal in die Küche gebracht, nachdem wir damit fertig waren. Ja, ich würde sagen, wir nehmen mal einen Zug, wir gucken mal, wie weit der Fumnel ist. Ja, und wie wir am Rauch sehen, der ist definitiv an. Ich habe das Gefühl, der Fumnel ist sogar ein bisschen schneller warm geworden als der KS-Tornado. Auf der anderen Seite haben wir den Tornado auch nur mit einem leichten Noppenkontakt und sehr, sehr fluffig gebaut und den KS-Thumbnel haben wir tatsächlich jetzt mit ein bisschen mehr Kontakt geraucht. Also das ist schon, das war schon ein sehr, sehr gutes Noppenkontakt, falls nicht sogar ein Vollkontakt. Mittlerweile hat sich die Smokebox ein bisschen gelegt, aber am Anfang hatte die schon sehr viel Kontakt. Wie auch beim KS-Tornado kommen wir erstmal zu so ein paar Eckdaten vom KS-Thumbnel. Der KS-Thumbnel kostet genauso viel wie der Tornado, also kriegt ihr auch so zwischen 18 und 20 Euro meistens online. Da müsst ihr mal schauen, wo ihr den findet. Wie gesagt, einfach googeln, Shisha-Kopf KS-Thumbnel und dann kommen da schon die Ergebnisse und dann seht ihr, wo der gerade noch vorrätig ist. Ich finde 18 bis 20 Euro bei beiden Köpfen auf jeden Fall gerechtfertigt. Wir haben ebenfalls wieder dieses Ton-Stein-Gemich, den klassischen Steinkopf von KS eben. Der Thumbnel, zumindest der, den ich hier habe, ich konnte natürlich nicht mehrere testen, passt hervorragend zu einem K-Laut 1+. Also ihr seht schon, der sitzt sehr, sehr nice drauf. Der KS-1 Plus hat ja unten diese leichte Rille an der Ecke, die sich dann eben in den Kopf reinsetzen soll. Bei manchen Köpfen funktioniert das nicht so gut, bei manchen Oblakos zum Beispiel sitzt er dann ein kleines bisschen schief. Ist eigentlich auch kein großes Problem, aber just saying, beim Thumbnel und beim Tornado natürlich auch, beim Tornado halt auf der Lippe und beim Thumbnel sitzt er eben auf dem Rand sehr, sehr nice. Also Passform ist da auf jeden Fall gut. Sagt mir, da wurde sorgsam gearbeitet. Ich hoffe, das ist bei allen so und nicht nur bei dem einen, den ich jetzt eben hier habe. Durchzug jetzt mit so viel Kontakt ist auf jeden Fall ein bisschen schwächer, als bei dem KS-Tornado eben, den wir sehr fluffig gebaut haben und die Löcher noch ein bisschen freigemacht haben. Ich hätte natürlich auch den KS-Thumbnel jetzt noch ein bisschen fluffiger bauen können. Wenn ihr eine sehr fluffige, sehr sparsame Bauart sehen wollt, schaut gerne mal beim Daniel von Custom Hooker vorbei. Der hat auch seinen perfekten Kopfbau zu dem Kopf hochgeladen. Ich finde es so allerdings geiler, weil im Gegensatz zu dem Tornado, den man meiner Meinung nach nicht so gut auf einem geilen Vollkontakt-Setter brauchen kann, kann man das mit dem Thumbnel sehr, sehr nice machen. Und so habe ich den jetzt eben auch gebaut. Also es ist ein sehr, sehr sportliches Noppen-Kontakt oder sogar vielleicht schon ein leichtes Vollkontakt-Set. Aber auf jeden Fall jetzt auch nicht zu krass. Er ist aber definitiv ein bisschen denser gebaut, als das eben beim Tornado der Fall war, weil ich finde, bei Vortex-Köpfen muss man einfach fluffiger bauen. Ansonsten verliert man da zu viel Durchzug. Den Thumbnel kann man auch so semi-dense bauen und auch ein bisschen höher bauen und trotzdem ist der Durchzug noch voll okay. Nicht ganz so krass wie beim Tornado natürlich. Da habt ihr fast uneingeschränkten Durchzug, wenn ihr fluffig baut. Aber man kann das auf jeden Fall sehr, sehr entspannt so rauchen. Und da wäre mein Tipp auf jeden Fall so, wenn wir sagen, okay, beide Köpfe kosten gleich viel und beide Köpfe sind meiner Meinung nach am besten mit Smokebox zu rauchen, wobei man den Thumbnel auch noch mit Alu rauchen kann, was beim Tornado gar nicht geht, dann ist der Thumbnel auf jeden Fall für mich eher der Kopf, den man auf einem guten Noppen-Kontakt oder sogar Vollkontakt rauchen sollte. Und der Tornado ist eher was für Leute, die ein fluffiges Abstand beziehungsweise ein fluffiges Noppen-Kontakt-Setup rauchen wollen. Also da wäre auf jeden Fall meine Unterscheidung so, welcher Kopf denn jetzt für wen. Außerdem ist der Thumbnel noch ein bisschen tabaksparender. Ich würde die durchschnittliche Rauchdauer beim Thumbnel so auf 60 oder sogar 55 Minuten setzen. Er ist schon wirklich sehr, sehr sparsam. Auch wenn wir jetzt viel Tabak reingemacht haben für den Thumbnel, was immer noch nicht super viel Tabak ist, aber wir haben schon viel für den Thumbnel reingemacht. Guck mal mit dem Daniel vorbei. Ich glaube, der Daniel hätte den Kopf mit 12 oder 13 Gramm gebaut und das ist schon sehr, sehr sparsam. Da sind wir schon sehr, sehr nah an einem KS-Apo mit einem Seeflex-Sieb dran. Ich glaube, da gehen so 10, 12 Gramm rein. In den Thumbnel würde ich jetzt sagen, gehen so 11 bis 13 Gramm rein. Oder sagen wir mal 10 bis 12 Gramm, wenn man sehr fluffig auf Abstand baut. Und dann eben so 12 bis 14 für Noppen-Kontakt und 14 bis 18, wenn man auf Vollkontakt rauchen will oder ein bisschen denser baut. Das ist halt auch immer so die Sache, Leute. So ein Tabakdepot angeben ist immer relativ schwierig, weil es kommt halt auf eure Bauart an. Je fluffiger ihr baut, je mehr Abstand ihr habt, desto weniger Tabak verbraucht ihr natürlich. Je denser ihr baut und je höher ihr baut, desto mehr Tabak braucht ihr natürlich. Ja, nichtsdestotrotz, ich finde das Tabakdepot eigentlich sehr angenehm. Ist eher ein Kopf für etwas kürzere Sessions, aber auch nicht für super kurze Sessions. Also es ist jetzt natürlich kein Hotshot RT oder sowas, den man mit 7 Gramm Tabak rauchen kann. Es muss schon ein bisschen mehr Tabak rein und er hält dementsprechend auch ein bisschen länger. Aber finde ich auf jeden Fall ganz geil. So, wenn man mal maximal eine Stunde Zeit hat und man nicht komplett Tabak verschwenden will, aber man mit Smokebox rauchen will und vielleicht auch mit Kontakt rauchen will, dann ist der KS Thumbnel schon eine sehr, sehr nice Alternative. So, Leute, zwischendrin mal einen Zug nehmen. Ja, Rauchentwicklung ist auf jeden Fall geiler. Klar, wir haben mehr Kontakt, tendenziell kriegt der Tabak mehr Hitze, kann mehr Molasse verdampfen und es kommt also auch mehr Rauch raus. Man könnte natürlich auch den Tornado noch ein Ticken höher bauen, dann kommt tendenziell vielleicht auch noch ein bisschen mehr Rauch raus. Von der Rauchentwicklung an sich würde ich sagen, Holster und Hukain, beide sehr, sehr nice, sehr, sehr nah beieinander. Aber auch das könnte natürlich in dem Fall jetzt noch ein paar kleine Unterschiede machen. Ja, so ein paar Sachen, die ich eben schon über den Tornado gesagt habe, treffen auf jeden Fall auch auf den KS Thumbnel zu. Wie gesagt, Preis, Material, Verarbeitung, ebenfalls alles sehr, sehr nice. Ich finde 20 Euro, beziehungsweise wenn man eben ein Angebot findet für 18 Euro, sehr, sehr fair. Das geht auf jeden Fall klar. Verarbeitung habe ich keinerlei Mängel. Wie gesagt, die Passform ist sehr, sehr gut. Tabakdepot gefällt mir ganz gut. Also alles in allem ein sehr, sehr nice Paket für 18 Euro. Kann man da auf jeden Fall nicht meckern. Der KS Thumbnel ist definitiv eine der etwas günstigeren Premium-Köpfe, die mit einem K-Laut funktionieren. Man kann sich natürlich auch eine Mami-Bowl holen, die kostet dann halt 35 Euro. Eine Oblaku kostet zwischen 25 und 27 Euro. Wenn man die in Betracht zieht, dann ist der KS Thumbnel auf jeden Fall einer der günstigeren Köpfe. Aber auch mit dem KS Thumbnel bin ich auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden. Ich finde es nice, dass er ein bisschen tabaksparender ist, dass er trotzdem sehr gut mit einer Smokebox funktioniert. Dieses Tonstein-Gemich ist auf jeden Fall immer sehr nice für die Hitze-Entwicklung. Das kennen wir ja wie gesagt auch schon aus dem Apo und dem Tornado. Abschließendes Fazit. Ich bin sehr überzeugt von beiden neuen KS-Köpfen. Die Unterschiede und für wen welcher ist, habe ich euch ja eben schon erklärt. Da müsst ihr euch jetzt Gedanken machen, welchen ihr geiler findet und welcher für euch der richtige sein könnte. Aber die Richtung, die KS da geht, mit den neuen Köpfen, die geil mit Smokebox funktionieren, freut natürlich mich als alten HMD-Verfechter sehr, sehr krass. Ich finde es sehr nice. Ich freue mich über die zwei Köpfe. Werden bei mir auf jeden Fall häufiger in der Benutzung sein. Leute, schreibt mir gerne eure Kommentare zu diesen beiden Köpfen gerne unten in die Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha-WG.